Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video zur Tensorrechnung mit dem Titel Riemannscher Krümmungstensor mit zweiten Ableitungen der Metrik. Im Hinblick auf das nächste Video, wo es dann um die Symmetrie des Riemannscher Krümmungstensors gehen wird, benötigen wir noch eine alternative Darstellung des Krümmungstensors, in der dann die zweiten partiellen Ableitungen der kovarianten Metrik-Koeffizienten vorkommen sollen. Und die ganze Rechnung in diesem Video, die habe ich hier vorab schon einmal säuberlich hingeschrieben, wie Sie sehen. Das hat dann den Vorteil, dass ich zunächst einmal nicht durcheinander komme mit diesen Wust an Indizes, die hier auftauchen. Und für Sie hat das dann den Vorteil, dass Sie das auch alles sehr gut lesen können und sich abschreiben können oder vielleicht sogar einen Screenscord machen. Ich möchte hier einmal beginnen mit dem Riemannscher Krümmungstensor, den ich im letzten Video Tensorrechnung Nummer 46 hergeleitet hatte. Das Ergebnis, das sehen Sie rechts oben im blauen Kasten unter Punkt Nummer 1 noch einmal eingerahmt. Der Riemannscher Krümmungstensor entstand letztendlich aus der Nicht-Vertauschbarkeit der kovarianten Ableitungen, also des Kommutators, wenn Sie sich noch erinnern. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt zunächst einmal diesen Krümmungstensor, der ja ein gemischter Tensor vierter Stufe ist, wie Sie sehen. Wir haben nämlich einen Kontravariantenindex Delta, der oben steht und drei kovariante Indizes Alpha, Beta und Gamma, die unten steht. Das Ziel wird es zunächst einmal sein, dass wir jetzt diesen Tensor überführen in einen reinen kovarianten Tensor vierter Stufe. Und wie das geht, das möchte ich Ihnen hier kurz noch einmal zeigen. Wir hatten im Video Tensorrechnung Nummer 11 gesehen, wie man Indizes hochschieben oder runterziehen kann. Ich vermerke das hier oben noch einmal ganz kurz. Und zwar wollen wir diesen oberen Index Delta nach unten ziehen. Das gelingt dadurch, indem wir diesen Tensor R multiplizieren mit dem kovarianten Metrikkoeffizienten, in unserem Fall jetzt hier G, unten indiziert mit Sigma und mit Delta. Das bewirkt dann letztendlich, dass das Delta, von dem R nach unten gezogen wird und ausgetauscht wird mit dem Index Sigma. So, dass wir das gewünschte Ergebnis dann hier haben, nämlich ein Krümmungstensor in rein kovarianter Form von vierter Stufe, unten indiziert mit Sigma, Alpha, Beta und Gamma. Und wir werden jetzt das Ergebnis, was wir im letzten Video hergeleitet haben, das heißt die rechte Seite dieser Gleichung, die ich hier einmal in Rot im Rahmen einsetzen. Und ich möchte das in Einzelnen jetzt alles gar nicht mehr vorlesen. Das ist letztendlich nur eine Einsetzerei hier. Wenn ich Ihnen das alles vorlesen würde, dann würde das Video nur unnötig in die Länge gezogen werden. Das ist letztendlich hier nur eine Abschreiberarbeit. Wir haben also den Metrikkoeffizienten hier multipliziert mit dem Riemannschen Krümmungstensor, der aus vier Summanden besteht, wie Sie hier sehen. Und wir werden im ersten Schritt zunächst einmal diese Klammer ausmultiplizieren, das heißt diesen Metrikkoeffizienten in diese Klammer hier hinein multiplizieren, so dass wir dann vier einzelne Summanden erhalten. Und diese Summanden, die sehen Sie in der nächsten Zeile hingeschrieben. Ich habe diese Summanden alle einmal abgekürzt, wie Sie sehen, mit A, B, C und mit D. Und wir werden uns jetzt mit jedem einzelnen Summanden extra beschäftigen. Ich fange hier einmal an mit dem Summanden A. A berechnet sich ja, wie Sie sehen, aus dem Produkt des Kovarianten Metrikkoeffizienten G und dem Sigma Delta, multipliziert mit der partiellen Ableitung des Christoffelsymbols zweiter Art nach der Koordinate Q Gamma. Und an dieser Stelle jetzt, hier kommt ein genialer Trick, auf den man natürlich erstmal kommen muss. Und zwar schreiben wir das Ganze jetzt als partielle Ableitung nach der Koordinate Q Gamma und betrachten jetzt das Produkt aus dem Metrikkoeffizienten und dem Christoffelsymbol. Und Sie wissen aus der Analyse, wenn Sie jetzt dieses Produkt ableiten würden, benötigen Sie ja die Produktregel. Und dann erhalten wir zwei Summanden. Links steht aber nur ein Summand. Ich unterstreiche den nochmal. Und das Ganze müssen wir korrigieren, indem wir jetzt diesen zusätzlichen Term, der hier entsteht, einfach wieder abziehen. Und das Ganze hat dann den Vorteil, wenn wir uns jetzt einmal den Ausdruck anschauen, der hier in der eckigen Klammer steht. Ich setze mal eine blaue Klammer da unter. Also dem Produkt aus dem Metrikkoeffizienten und dem Christoffelsymbol zweiter Art. Dann können Sie dafür auch schreiben Folgendes, was ich hier rechts im blauen Kasten noch einmal hingeschrieben habe. Wir hatten dort eine Formel hergeleitet im Video-Tensorrechnung Nummer 35. Und von dieser Formel benutzen wir jetzt hier diese rechte Seite. Das heißt, ein Halbmal und dann kommt in der Klammer eine Summe von ersten partiellen Ableitungen der Metrikkoeffizienten nach den entsprechenden Koordinaten. Das setzen wir also hier ein. Und wir können den Faktor ein Halb, das ist ja eine Konstante, vor die Ableitung ziehen. Das habe ich hier einmal gemacht, wie Sie sehen. Und für den Inhalt dieser eckigen Klammer erhalten wir letztendlich jetzt eine eckige Klammer wieder mit drei Summanden. Wobei jeder Summand letztendlich die erste partielle Ableitung des Metrikkoeffizienten nach der entsprechenden Koordinate ist. Und dann widmen wir uns dem nächsten Ausdruck zu. Und zwar betrachten wir jetzt einmal die partielle Ableitung des Kovarianten-Metrikkoeffizienten g und den Sigma-Delta partiell abgeleitet nach der Koordinate q-Gammer. Dafür können wir auch etwas anderes schreiben. Und das resultiert letztendlich aus dem Theorem von Ricci, was ich im Video-Tensorrechnung Nummer 44 hergeleitet hatte. Das sehen Sie im blauen Kasten unter Punkt Nummer 3 noch einmal aufgelistet. Ich hatte Ihnen dort gezeigt in diesem Video, dass die Kovariante Ableitung des Metrik-Tensors, des Kovarianten-Metrik-Tensors 0 ist. Und wenn wir jetzt die Kovariante Ableitung einmal bilden, des Kovarianten-Metrik-Tensors, dann wissen wir, es beginnt ja immer mit der gewöhnlichen partiellen Ableitung nach der Koordinate q-Gammer in diesem Fall jetzt. Und jeder Kovariante-Index wird jetzt so behandelt, wie ein Kovariante-Vektor erster Stufe oder Tensor erster Stufe. Das heißt, wir fügen jetzt hier für jeden unteren Index noch ein Korrekturterm ein. Ich unterstreiche diesen mal jeweils hier in blau. Und jeder dieser Korrekturterme ist letztendlich ein Produkt, wie Sie sehen, aus einem Christoffel-Symbol, zweiter Art und einem Metrikkoeffizienten. Und wir können dann, weil diese gesamte Gleichung ja den Wert 0 haben muss, das Ganze auflösen hier nach der partiellen Ableitung des Kovarianten-Metrikkoeffizienten nach der Koordinate q-Gammer. Und dann kann ich für diese partielle Ableitung offensichtlich auch die rechte Seite dieser Gleichung jetzt nehmen und die hier einsetzen. Das habe ich hier gemacht. Das streiche ich mal hier links in blau. Das hier ist also letztendlich der Wert dieser Ableitung. So, dann schauen wir uns den nächsten Summanden hier oben an, den ich hier mit B abgekürzt habe. Und da tue ich noch einmal ein Rahmen im Blau vielleicht. Und wenn Sie sich diesen Summanden hier einmal anschauen und den Summanden, den wir eben betrachtet haben, also den Summanden, den ich mit A bezeichnet habe, dann sehen Sie, dass sich diese beiden Terme eigentlich kaum unterscheiden, nur dass der Index Alpha, Entschuldigung, Beta und Gamma hier ausgetauscht werden. Sie sehen, im Ausdruck für A steht hier oben ein Beta, im Ausdruck für B steht hier oben gerade ein Gamma und im Ausdruck für A steht hier unten ein Gamma, was im Ausdruck von B ein Beta-Rade ist. Das heißt also, wir können letztendlich das Ergebnis, was wir für den Term für A erhalten haben, direkt übernehmen, nur dass wir dann austauschen müssen das Gamma durch ein Beta und umgekehrt das Beta durch ein Gamma. Das heißt, in dieser Zeile, wo Sie hier das B sehen, müssen Sie einfach nur Gamma und Beta vertauschen aus der Zeile darüber. Dann erhalten Sie diesen Ausdruck, den lese ich auch nicht mal im Einzelnen vor, das ist also nur eine reine Abschreiberarbeit, wie Sie sehen. Und was wir dann im nächsten Schritt machen werden, ist, wir bilden dann zunächst einmal die Differenz von A minus B. Dann sehen wir, dass also sowohl der Ausdruck für A als auch der Ausdruck für B jeweils die Konstante 1,5 hier zunächst einmal vorne stehen hat. Die können wir also schon einmal ausklammern. Die habe ich hier vorne einmal hingeschrieben. Dann müssen wir, wenn Sie sich den Ausdruck für A anschauen, die partielle Ableitung der eckigen Klammer bilden, nach der Koordinate Q Gamma. Und in der Formel für B müssen Sie ebenfalls die partielle Ableitung bilden, der Terme aus der eckigen Klammer, diesmal aber nach der Koordinate Q Beta. Dann halten wir also letztendlich sechs Summanden, wobei jeder Summand eine zweite gemischte partielle Ableitung ist nach den entsprechenden Koordinaten. Und diese sechs Summanden, die habe ich hier einfach alle einmal hintereinander hingeschrieben, in diese runtergeklammern, wie Sie sehen. Ich habe die nochmal unterstrichen hier in Rot und dann haben wir noch zusätzlich die zweite Klammer hier jeweils zu berücksichtigen. Dort werden wir jetzt das Christoffel-Symbol jeweils hier rein multiplizieren in die runde Klammer und erhalten dann vier weitere Summanden, die ich dann hier unten hingeschrieben habe. So, wenn wir jetzt zusätzlich noch voraussetzen, dass die Kovarianten-Metrik-Koeffizienten G unten, ja ich sage jetzt mal Alpha Beta, dass das zweimal stetig differenzierbare Funktionen der verwendeten Koordinaten sein sollen, dann können wir hier den Satz von schwarz anwenden und das bedeutet, in der gemischten zweiten partiellen Ableitung lassen sich die Reihenfolge der Ableitung vertauschen und das habe ich hier schon nochmal einmal angedeutet, wie Sie sehen, hier durch einen blauen Pfeil. Der erste Summand, den ich hier durch einen blauen Pfeil hier weggestrichen habe, hebt sich gerade auf mit dem vierten Summanden, auch durch einen blauen Pfeil hier durchgestrichen, denn wir leiten hier jeweils ab nach der Koordinate Beta und Q Gamma, wie Sie sehen, im ersten als auch im vierten Summanden und da die Ableitungen hier vertauschbar sind aufgrund des Satzes von schwarz, werden diese beiden Ausdrücke sich also wegheben. Übrig bleiben dann letztendlich diese vier zweiten partiellen Ableitungen, die ich hier einmal umrande und die kann ich zunächst schon einmal wieder hinschreiben. Wir halten dann letztendlich den reinen Kovarianten Riemannschen Krümmungstensor R unten Sigma Alpha Beta Gamma, was sich ja berechnet durch A minus B plus C minus D und ich habe jetzt zunächst einmal die Einhalb wieder hingeschrieben und dann diese vier Summanden, wobei jeder Summand eine zweite gemischte partielle Ableitung ist nach den entsprechenden Koordinaten. Und wenn wir jetzt uns noch erinnern an die Symmetriebeziehung für Christoffelsymbole zweiter Art, vielleicht erinnern Sie sich noch, ein Christoffelsymbol zweiter Art unten mit Alpha Beta indiziert, oben vielleicht mit Delta indiziert, liefert denselben Wert wie das Christoffelsymbol zweiter Art, unten jetzt mit Beta und Alpha indiziert und oben mit Delta. Das heißt, Sie können die unteren beiden Indizes einfach vertauschen, der Wert bleibt derselbe. Und das führt dann letztendlich dazu, dass sich in dieser Summe hier oben noch weitere Terme wegheben, einmal durch einen Grünpfeil hier dargestellt, also dieser Summand hebt sich gerade mit dem hier weg, aufgrund dessen, weil die unteren Indizes der Christoffelsymbole vertauschbar sind und dann sehen Sie auch, der Ausdruck hier mit dem violetten Pfeil durchgestrichen hebt sich auch weg. Es bleibt also eigentlich nur noch übrig, der Summand hier, den ich hier einmal in Schwarz jetzt einkreise und der Summand hier hinten in Schwarz eingekreist. Und beiden Summanden ist hier gemeinsam, wie Sie sehen, dass sie einen selben Faktor enthalten, nämlich das Christoffelsymbol G, unten indiziert mit Lambda und Delta. Das kann ich dann jeweils ausklammern. Das habe ich dann hier vorne hingeschrieben, wie Sie sehen. Und übrig bleiben dann noch folgende Terme. Ich habe den positiven hier zuerst hingeschrieben. Den sehen Sie also hier als erstes hingeschrieben und dann den negativen. Ich deute das hier durch einen Pfeil einfach mal an. Und dann haben wir die gewünschte Darstellung des Kovarianten Riemannschen Krümmungstensors mithilfe der zweiten partiellen Ableitung der Metrik-Koeffizienten. Dieser Riemannschen Krümmungstensor, diese Alternative Darstellung des Krümmungstensors ist günstig für Symmetrieuntersuchungen, mit denen wir uns dann im nächsten Video ausführlich beschäftigen werden. Und dann werden wir uns dann im nächsten Video ausprobieren. Und dann werden wir uns dann im nächsten Video ausprobieren.